Jede Veränderung beginnt mit einem Impuls. Inspiration zu finden, setzt voraus, sich aufmerksam durch die Welt zu bewegen. Doch Inspiration alleine reicht nicht. Es braucht uns, die entschlossen sind, aus Ideen Realität werden zu lassen. Emissionsfreie Fortbewegung ist nur ein Teil der Lösung. Wir müssen tiefer gehen, uns Gedanken machen. Welche Materialien verwenden wir? Unter welchen Bedingungen und wo werden sie produziert? Damit ebnen wir den Weg für eine Generation, die erst geboren wird, die wir in Zukunft Green Natives nennen werden. Und diese Vision ist jetzt für alle sichtbar. In einem Kunstwerk aus nachhaltiger Farbe. Untertitelung des ZDF für funk, 2017